Herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Game, Feed the Beast. Das habe ich mal gerade runtergeladen von Ichiyo. Es ist kostenlos. Wir sind ein Werter und wir müssen letztendlich ein Monster füttern. Wir haben hier auch schon so ein nettes Prime-Food in der Hand und da steht auch schon die Schüssel. Keine Ahnung, wie lange das hier geht. Ich denke mal, Day-Night stand da eben gerade. Das heißt, das wird wahrscheinlich hier von Nacht zu Nacht schwieriger werden. Und in der Beschreibung stand, man kann mit der Maus klicken und mit E interagiert man. Aber hier interagiert nichts. Ich kann also hier das Essen nicht reinmachen. Ich kann die Schale hochheben und die Schale ist auch sehr sauber, wie das aussieht. Okay, aber das Essen kriege ich da ein wenig rein. Okay, ich kann sie vertragen. Alles klar. Aber das Essen muss doch da jetzt rein. Oh, man hört auch schon Geräusche vom Monster im Hintergrund. Jaja, ich versuche ja das Essen zu machen. Was passiert bei der Tür? Oh, die Tür geht auf. Okay. Oh, oh. Ein Kreuz. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ich gebe mir ja alle Grüße Mühe. Was? Ich habe mich eh gedrückt. Eh. Eh. Er macht nichts. Ich gehe schnell raus. So, war es das jetzt? Ja, es tut mir leid. Nein, nein. Okay, alles klar. Äh, must be cross and must be one cross and one. Okay, also hier kommen wir nicht raus. Wir müssen, also macht ja auch Sinn, das Biest irgendwie füttern. Ja, ich komme ja. So, dann werden wir hier nochmal uns rein sneaken. Ich hoffe, dass der nicht gleich an der Tür steht. Nein. Okay, da ist die Bau. Eh. Eh. Okay. Wo macht er denn nichts? Oh, das riecht mir schon auf. Oh, Essen. Okay. Deine City Minis liegen da. Schnell weg. Wo hört man jetzt was? Lass dir schmecken. Man hört nichts. Okay. Mahlzeit. Wir haben Feierabend. You survived that night. Press R to replay. Next Level coming soon. Ach so, das war es schon. Ich kann es jetzt nur nochmal versuchen. Mehr Level gibt es nicht. Ich hätte gern mal das Monster gesehen. Äh. Ja. Das sind bitte kurz jetzt. Wir machen das nochmal. So, jetzt wissen wir, wie es geht. Essen kommt. Oh scheiße. Jetzt ist die Schale umgefallen. Ich kann die Schale nicht umdrehen. Ja, ich versuche hier mich abzumühen. Lass dich von mir nicht stören Monster. Ich kann die Schale nicht. Ich werde die jetzt einfach reinstellen. Vielleicht dreht sich sicher um. Wir machen das immer so. Sowas von auf dem X. Ne, man kann es nicht umdrehen. Okay. Ja, heute gibt es Sparmenü. So, vielleicht hat sich das jetzt in dem Raum irgendwie geupdatet. Wir gehen nochmal ran. Ja, das Essen kommt. Okay, die Schale hat sich nicht umgedreht. Kann ich denn irgendwas hier machen? Na ja, wir nehmen sie erstmal wieder raus. Na ja, kommt das Viech. Ja, ich komme gleich wieder. So, es ist ja schon an der Kante. So. Hinwerfen. Na. Na. Wo, wo, was? Das muss doch jetzt möglich sein, diese komische Schale umzurehen. Mach was. Äh. 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 Jetzt die Schale weg. Nein. Ja, ich habe keine Schale. Kannst du auch außer Dose essen? Vielleicht ist die Schale hier um die Ecke. Ist sie nicht. Na gut, dann werden wir jetzt mal das Monster suchen. Ja, ich komme. Wo ist es? 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 Ah! Ja. Das war die Cosmo Katze. Oder was war das? Naja, das war das Spiel. Kostenlos. Vielleicht sind die nächsten Level besser. Vielen Dank für's Zuschauen. Hoffentlich hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Machts gut. Ciao.